Überraschend, nicht wahr? Es ist eine Fälschung. Ja, bitte? Wer spricht da? Claire Ebbitson. Ehrlich gesagt, ich hab mich noch nicht entschieden, aber ich hätte gern ein... Wie heißt das gleich? Ein Wertgutachten. Ladies und Gentlemen, es bereitet mir besondere Freude, Ihnen Los Nummer 231 zu präsentieren. Und Miss Claire, was können Sie mir noch über Sie erzählen? Sie leidet an einer ungewöhnlichen Krankheit. Er spricht mit ihr, aber durch eine verschlossene Tür. Eine verschlossene Tür? Soll das heißen, er hat Sie noch nie gesehen? Nicht nur er nicht, keiner. Sind Sie hier, Miss Ebbitson? Man kann alles fälschen, Virgil. Warum gehen Sie mir so konsequent aus dem Weg? Ich bitte Sie, bemühen Sie sich nicht weiter an meinen Angelegenheiten. Stellen Sie mir Ihre Auslagen in Rechnung. Guten Abend. Claire, was ist los? Was ist passiert? Wie ist das, mit einer Frau zusammenzuleben? Genau wie an einer Auktion teilzunehmen. Sie wissen nie, ob Sie das höchste Gebot abgeben. Wenn man meint, man hätte es bei einer Frau geschafft, hat man schon den Überblick verloren. Ich muss Sie sehen. Gehen Sie! Claire! 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 Hilfe! Wer ist es wirklich? In jeder Fälschung verbirgt sich auch etwas Echtes. Ooh. Willi!